Der Sam hat keinen Rang mehr, der Sam hat keinen Rang mehr. No, wirklich. Zwei Sekunden später, ich bin der höchste Rang. Ich glaube. Nein, du verlierst wahrscheinlich wieder drei Ränge. Vor allem drei, Alter. Das ist wie immer, einfach so. So? Ja. Vorher habe ich schon super gehabt. Ich bin noch ein 2 gewesen, weisst du, dass ich noch aktiviere? Was? Was? Nein, ich schau mir auf einen Zettel. Du kannst nicht mehr, wie du schenkst? Oh! Was? Das ist richtig. Ja! Ui, oi, ist jetzt fantastisch da Nein, nein, nein Ich triff deine Hand nicht No! Hast du sie wieder getroffen? Okay, das ist... Das war eine aggressive Explosion OZMAN GOLU OZMAN GOLU OZMAN GOLU OZMAN GOLU Ich schwöre, du bist so hässlich Übertreiben, haben wir es ja OZMAN GOLU Oh mein Gott, ich hätte nicht so wieder peaken Ich hätte so den Hände drücken können UUUUH Ah, fuck OZMAN GOLU OZMAN GOLU Was ist schnell? Oh mein Gott Fiktiv Kann ich check wo du bist? Nein! Fuck Oh mein Gott Oh mein Gott Da, ne? Du gibst mich mal richtig fuck Hei das bei mir geht es nicht so Was ist denn der Drehort TIEN HINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPU Ich schau dir raus und merk ich nur 2 Sekunden abrücken Warte Du bist echt so man Das ist ein Minut! Oh, wasser die? Alter, ja okay. Ich wusste, die ich nicht schreise. Mein Wings ist einmal tough. Was? Oh mein Gott, ich hab's den Tankation. Hallo! Egal, ciao! Was? Na dörter bist du? Von der Kölzer? Allola, was habe ich versucht? Alter! Nein! Hey, ich kann dich auch nicht warten. Ich spame halt am Schluss weg. Oh! Oh, Luca! Ah! Scheißtole! Scheißtole! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Wem gibt's noch wieder? Was gibt's an dir? Hey, kannst du noch kurz weiter? Ja, kannst du noch was wissen? Ja, geh doch noch ins Bett. Nein, ich gehe noch an eine Beerdigung. Von deinem Niveau. Du kannst noch langweilig werden, weil dein ist schon geberdigt worden. Ah! Hä? Du musst jetzt mit meinem zu tun, wieder zuhören. Du musst dein geberdigen, weil mein ist schon mit meinem Leben. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich habe nicht gedacht, dass ich dich gebet habe. Er hat so viel Dummheit überstanden. Einer wollte, aber... Ich bin gleich wieder da. Oh, Luca, wie fühlt sich das an? Ja, wie fühlt sich das an? Oh, Scheiß! Aber die Schüsse sind am Schluss da oben gewesen. Bist du gespannt, ich habe dich links? Nein, ich bin schnell. Ach, irgendwo. Du und? Bist du da oben? Oder? Ah, nein, da unten. Was? Ich habe dich hinter mir, da oben. Nein. Halt dich hier fest, ich bin mal endlich. Da oben! Ich habe dich bis zu Hause. Wauw! Ich habe mir schon stiegen. Hey, Luca! Ich habe mich dann wieder. sting, sie ist es schwer! Ich musste mir an den Druck schreiben. Schon mehr. Ich habe mich dann mit dem Hattchen. Oh, super? Okay, ich habe das Gefühl. Du kriegst mich und treffst mich. Hast du gewusst, dass ich der Top bin? Nein, du hast mich auch auf mich geschossen. Weisst du was ich hasse? Wenn es so still ist, kannst du immer oben stehst. Weisst du? Hinten wie oben. Nein, ich hab's auf dich vor! Nein! Wir nehmen die Predikation. Nein, f**k! Nein, was ist los? F**k! Nein, jetzt hab ich versorgt. Ich werde spammen. Das ist das Sch***. Da unten, Mann! 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 Für einen K-Unter, sag ich mir doch. Was? Ja, Mann! Da unten, Mann! Da unten, Mann! Oh mein Gott! Wo bist du am Camping? Ich denke, du musst noch sehen, Alter! Irgendwo! Ah, hier, die Kante zurück! Ich hab' schnell! Hm! Hier, Loh! Ah, hier ist sie! Faisi, komm! Hier! 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 Ich hab' den Schiller rasiert für uns! Der einzige, was... Der einzige, die heute der Schiller rasiert hat, war ein Italiener, ah, Luca, das war so unnustig, wie... Nein, ich hab's erwähnt, er ist europäisch, ich geh's, ich geh's, ich geh's! Ich hab' einen italienischen Friseur, also, weisst du, wir sind auch Haare schniedern. Ich hab' einen Friseur, so einen Italiener gegeben. Er hat halt mit dem, äh, Messer, da wo er abfährt und so... rasiert, oder? Ach, so gerade machst du und so. Hat er halt bei mir alles gerade geschnitten und Luca nachher so sehr unruhig Hey du bist von einem Italiener rasiert worden Hey Junge, starte mal! Ich fresse Du bist irgendwie rasiert worden Muss ich fehlen? Ah fuck ich muss fehlen Warte schnell, ich muss Faze-Type überhaupt offen, oder? Ja! Nein, ich muss es nicht offen haben, du musst Minecraft offen haben Lass mich schon mal rein, ich bin drin Schau, chill, Dumbass auf, Alter Du bist endlich drin Ich schon Hast du dich mit Asia angemeldet, oder was ist los? Ich? Ja, du kannst nicht European Service spielen, oder? Wo muss er das ändern? You said I'm a little wacky not join the Queen for CSGO and Regen EU Wo kann er das ändern? Korrig, also eigentlich solltest du es von Anfang an nochmal haben Ja Aber du musst einfach das Platz um es machen, weißt du Ah, ich komm mit einem Time-Set noch ein paar Minuten Jetzt, ich komm mit drauf wieder Jetzt, ich komm mit drauf wieder Jetzt, du komm mit drauf wieder Nachdem ich das gemacht habe, ok? Ich bin jetzt zurück, scheiß Pitcher Wie lange brauchst du noch? Wenn wir es in Paris gehen, jetzt versuchen Das ist das, was da steht Ah, Select Regen, ja jetzt Jetzt? Ich komm mit drauf Ah, jetzt mein Freund Wir müssen auf das Keiner nicht Ah nein, wie nicht mehr Warte einfach Ja, stay for free Und Ey, Kille Wir warten schon 9 Sekunden, wie lange braucht das? Kille 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 Ich sag einfach nichts, was jetzt Kille An Kalm, Kille Kille Was? Was? Mhm. Sam, wir laufen noch von ehrlich nach Hause am Schluss. Und du musst noch weiter nach Hause laufen. Was heißt das, dass ich noch weiter nach Hause laufen muss, Adi? Ich habe Zug-Aute. Und die Zeit fährt nicht Zug. Doch. Was ist dein Nachzug? Warum erzählen wir dir jetzt so ein Scheissdrück? Du musst doch das auch nehmen. Nein! Du musst fragen, ob du ein Schwach war. Spass, ich bin das nicht. Ich bin das nicht gewesen. Ich bin das nicht gewesen. Keine Angst. Im Aspekt, Alter, Level 1. Was für falsch? Entschuldigung. Das ist nicht gut, dass Level 1 wurde. Nicht. Check. Das ist Germany Sweden. Ich check nicht. Ich bin für... Kabel, Alter. Mehr anzuschalten. Kabel. Ich... Ich kann nicht mal draufklicken, Alter. Wie geht das? Ihr Captain, also unser Teammate. Der erste Plattfeld. Vor einem X Geburtstag, Alter. Wenn er eine Mirage nimmt oder eine Kabel, dann fick ich seine Mutter. Geh zu ihm nach Hause, nimm sie, drehe sie um und fix sie einfach. Mach's jetzt. Ohne Hose. Er hat entfernt. Scheiss Missgeburt, Alter. Können wir rausgehen? Der andere im Train, Alter. Ich hoffe, du bekommst Krebs. Das ist besser. Du weißt schon, Diffin, das Banner. Ah, es wird immer... Kabel, Kabel, Bannkabel, Bannn... Nuke, Bannn... Nuke. Oh, well, test. Der Schülle. Hör, wieso Banner, wieso Train aus? Wieso nimmt die Train woher dumm er sich? Ja, noch hab ich erst checkt, dass Banning System ist, Alter. Ja, aber unser Team, unser Leader, der braucht 20... Du hast nie eine Auswählte. Was ist das für Fandom entschieden? Das Kabel an, Dich! Schau! Wenn das zukommt, dann gehe ich raus. Wieso sind wir 4 von 5? Es fehlt einem. Nein, 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 nein. Du siehst ihn einfach nicht. Sam, schau mal. Team Chat, klick mal dort 4 von 5. Hier steht geil von 4 von 5. Rechts hat es auch Team Chat. Ja, ja! Klick mal 4... Wie ist das rechts? 4 von 5. Und dort steht Connected to Chat. Alle ausser der Not Connected Flamespatch. Hey, könnt ihr Romapass spielen? Ja. Ja, easy. Romapass ist lustig, Alter. Ich check nur Toilet. Easy! Ich connecte. Ich verstand und CoStream. Kann man jetzt anfangen? Kann man jetzt anfangen? Also ich will eigentlich jetzt Overpass spielen. Oh mein Gott. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 und... Mirage! 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 Ich check nur Toilet, Alter. Die Gegner namens auf den Cap-Fan. Er dir den einen Akp-Fan kriegt... 3 Gegner von denen er einen Akp-Fan kriegt. Ein Akp-Fan! Nein, der ist links vom Bild. Weißt du, er sagt Akp-Fan. Ich bin so Weitare, denn er hebt ja nie in der Frasse über... Akp-Fan! Ich Anticheat! Du kattest du Bastian! Akbarn, Akbarn, Akbarn... Francisco Franco... What the fuck? Oh man, ich hab mir immer so den komischen Namen gesehen... What the fuck? Connect... Wo muss er drücken? Connect to server? Nein! Du musst... Du musst auf... Schliessen drücken! Wo muss... Wie kann ich connecten? Es connectet... Connect to server... Nein, du kannst direkt ins Hesse rein! Das passiert bei mir nicht... Stopp! Ja... Jetzt... Jetzt, nach 20 Jahren noch... Ich höre ein Gast... Germany! Location Germany! Was heisst das Location Germany? Dass der selber in Germany ist? Ja... Und wieso bist du wieder raus gegangen? Disconnected? Ich nicht... Disconnected... Nein... Da hat er verloren... Nein... Nein... Du bist ja in der Tat... Ah... Wieso ist der Schiller drin? Hey... Was? Jetzt bin ich wieder am Connect... Ah... Weil ich so viel mal auf Connect to server geklickt habe... Oh mein Gott... Nein... Es fängt an... Spam ist real... Alter... Jungs... Was? Ich habe zu viel mal auf Connect to server geklickt... Jetzt wird das ganze neu geladen... Ja... Sauber schuld! Warte, siehst du was ein geiler... Pff... Ich habe 20 mal drauf geklickt... Ja... Wieso... Mirka... Du musst noch einmal klicken... Alter... Nein... Sam... Fucking idiot... Ey... Ich komme glaube ich nicht mehr mehr in das Spiel hinein... Ja... Weil du so retarded bist... Nein... Es ist joinin... Es ist disconnect... Haha... Hahaha... Nein... Hör er mich nicht einfach... Ist nicht gefilmt... Ja... Sorry... Ich habe nichts dafür... Ich bin's... Ey... Ich bin schon wieder neu... Sagt ihr das Spiel neu starten!? Ist das Spiel neu starten... Ey... Kann ich... Ey... Kann ich... Ey... Kann ich... Kann ich Countesswag selber neu starten? Kann ich Countesswag selber neu starten? Jungs, wisst ihr ob ich bei... Sam, kann ich bei Faisit Countesswag neu starten? Sagt jetzt, ich will nicht 20 mal neu starten, ich habe gechittert! Du bist schon drin, jetzt hört man deine Presse, Alter! Nein, bin ich nicht! Kann ich Countesswag neu starten? Hallo, sagt jetzt! Ich mache es jetzt dann gerade! Du bist schon lange gebannt, Alter, was ist los? Was für gebannt? Hä? Wieso sind wir jetzt hier? Ich bin Sam! Sam, antworte doch! Sam! Du bist gebannt worden für 5 Minuten, du kannst nicht mehr nehmen! Was für gebannt worden? Ich komme alle 2 Sekunden rein, ich habe keine gebannt Zeit! Und? Ich habe einen Countesswag neu starten. Es geht mir auf den Sack. Ah, er hat 4 Minuten zu rejoinen! Ah, das schafft er locker. Scheiße! Scheiße! Schaffe ich locker! Ich bin alle 2 Sekunden am rein zu joinen! Schaffst du locker! So! I was pushing! I was pushing! Shut your dumb ass up! Ich muss mal rape deine Mutter! Jetzt sollte ich noch mal joinen! Really? Francisco Franco hat checkt einmal auf Faceit! Okay That sounds awful dude We've already won I'm not noob I'm very good Oh no, it's loading the whole new unit It doesn't look at me, it doesn't look at me I don't have any other track I don't have any other track Where is your track? What is yours? No mine is silver 4 Guys, I'm here Shut your drum ass up Fuck your spaghetti looking ass No, no, no Motherfucker I could clutch this If you get those two too much Sorry Sam, Sam, what is this? We have freedom You're very strong my friend You're very strong You're very strong at sucking dick Let's get out of here Let's get out of here I'll be very smooth That's all good actually Half fast I'm good I'm good Yeah, I'll take him too 45 Excuse me, do you want to shoot him? Please don't You have 54 So, yeah Yeah Bomb boy Come on Come on Come on Come on Come on For the German We're not in Star Wars What? I'm not in Star Wars What? I'm not in Star Wars It's like Daniel Jones I'm not in Star Wars I'm not in Star Wars Don't come Don't come Hey, what do you do with the bomb there? I got caught I got caught Green has lost the bomb That's how we can say Short short No, I don't know Short 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 Who is Sean? Your penis short Yes Push my friend Push me Push me Push me my friend I see a misery No, Nani Onside Damage 24 Oh my God I'll take him I'm gonna kill him I'm gonna kill him Nani Nani Oh my God 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 Orange Are you very proud of your kill? Are you very proud of your kill? Yes You should be Because he had 4 HP And I damaged him since 96 In fucking 8 hits Fuck you Isol Isol And you may ask what is Isol? I can't tell you Because I don't know Oh my God Isol is Fuck Isol is like Iceland Isol is like Iceland Well No Nani Yes Fuck Anime Why you fuck me Man Psymmurriah Shane Hammer Isol 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 Ich sag's auch irgendwie nicht. Und Maju, Mo, I fuck you. Wir spielen da gegen Globals und... Wir sind doch da bis zu offen, Mann. Ach so, du weißt das ja, du hast das gelernt. Sensorfähigkeit, oder was? Wirklich das Vierer, Alter. Oh, fuck. Oh, welcher Spaß, der hat das geschossen. Wie gesagt, ihr solltet da eben trainieren. Das ist das. In dem, dass ihr von eure Fälle lernt. Du lernst auch von den Fälle. Äh, Pebble, why don't you go ramp and fucking smoke anything? Was? Was was das? Pebble, you're the only one who smoke and you're not even going ramp. What the fuck? Was geht da? Weiter. Ah, oh, my God. Das sind überall. They were all around the world. Around, 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 around. All around the globe. Guy, I'm silver, too. Guy, I'm not a guy, I'm a girl. My friend, go pick me. Why don't we kill this guy on me? I swear of Allah. Shut up, no. If you don't, go over there. Me noob, me noob, yellow, you suck dick, look at your face, you broke a picture. Oh, oh my god, ich hab immer so kaputt lachen. Ich bin so blitig. Hey, schuldig, ich hab immer blitig. Hey, Sam, hey. Do you watch a lot of anime, Pebble? I watch a lot of... Wallah! I think Pebble have no friends, because you watch anime. Anime, he has friends. He is my friend. I love him. He is a fag. He is my best friend. I love him. I am not very gay, but I gay. No, 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 motherfucker! You gay! No, no, no! Why are you so noob? What's China, dude? What do you want? Have you heard it? Have you heard it? What? Have you heard it? China! He loves Japan! Hey, Jungs! Hey, Jungs! Ihr werdet einen Schuss gehören auf Asport! No, I see. Ich will dich noch mal sterben sehen. Komm mit! Luca, komm mit! Ja, okay. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wir sind tot. Want to tell us? Ich tue ab der Bombe. Ich muss vorhaben. Nein, nein, nein! Du gehst schnell! Nein, gar nicht! Es ist AWP. Einer oben mit AWP. Hä? Oh mein Gott! Ich muss schinden. Was ist das? Hör auf! Laufen! Und schiessen gleich! Wallah! Er ist hinter dir und dann! Alter, schau das an! Wunder, du hast noch 5 Schüsse da! Erzähl! Ich hatte nicht nichts mehr. Ja. Nein. Entschuldigung, ich habe einen Stream. Ich schaue jetzt extra auf den Stream. Also. Fünf Schüsse oder so hast du noch gehabt? Ich gehe jetzt zurück. Meine Jacke hat nicht mehr geschossen. Ich habe noch 5 Schüsse gehabt. Kann ich noch 5 Schüsse gehabt? Ich habe 2 Schüsse gehabt, als ich reingelaufen bin. Hä? Du hast noch Schüsse gehabt? Ja. Ja. Wer kann es nicht, Alter? Ja. 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 Ach du! Schau hinter dir! Hast du ihn nicht gehört? Ja. Nein! Der ist hinter dir! Ja. 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 Ich schaue lieber. Ja. Ich schaue lieber 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 hier спасибо. Ja. Was wenn ein somaler stirbt, dann kannst du ihn wieder beleben? Warum kommen wir zu spielen? Wir lachen später. Nein. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Und dann auch dabei? Du bist im Lustig geworden? Ja, komm. Ich will schnell noch beim Plan. Ich habe einen Buss geleift, hat er schon keine Lust mehr für ihn? Ja, unser Teamlead hat keine Lust mehr für ihn. Wie geht das? Wir sind zu gut. Ich schaue das Team. Der kommt so und so. Der ist einmal ein Hit, einmal ein Hit. Wo es Blur gespritzt hat. Du musst zurück spritzen. Wäre ich eher, wäre ich halt einfach durch die Jungle gekommen. Ei, ei, ist das einfach. Das ist schon eigentlich easy. Hast du ja gesehen, als ich dort in der Winde war? Der Boot hat mir zu mir geholfen, obwohl ich keine Munition hatte. Wenn du das mal Waffe gewerftet habe. Auch wenn du BANI jobst. Ich bin trotzdem schnell gewesen, wenn ich laufe. Nein, ich kann gerade nicht BANI joben. Ja, du AWP, meine Geburt. Die brauche ich nicht. Komm schon. Entschuldigung, ich bin überhaupt ein IOP. Wieso nimmst du meine Smoke? Wieso bist du so ne Bitch-Lup? Entschuldigung! Gebtbomb hab ich gesagt. Nein! Egal, Jungs. Die Smokehauw von da irgendwo CT. Gbtbomb. Unkönch. So ne Mises, Alter. Eee, siehst du den schönen CT-Smoke? Das ist von den Herd gemacht worden. das ist egal ich meine für euch in der Degas das ist egal Amherst bin ich Projekt Tops 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 � quase v Tops 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 Hier ist das Und das heisst? Da triffst du genauer Da hast du Krebs Ich triff auch so genauer Nein, weisst du, manchmal gibt es so Schüsse, wo du mit den Abschiessen triffst und dann triffst du ihn nicht, obwohl du drauf bist Ja, wenn du auf Counter-Strike auf der offiziellen Soul spielst, wenn du 20 Meter rechts vom Spiel entfernt triffst du trotzdem Und von dem her finde ich dir das besser Du weisst noch nie, das ist das erste Mal, wo du auf 128 Meter spielst Eine Seite, äh, Schot, Schot, Schot Ah, Alter, nein, eine Schot mit AWP, fuck Was machen da alle mit dir, wenn die Leute machen? Ich wundere, was sie da machen, Alter Guys, do something, don't chill out and meet What's up? Ich sehe niemand Schot, das ist das Problem Oh ja, die haben Smoke, Alter Geil, geil, richtig geil, Alter Fuck, Alter Window, window, window Eine ist Kebab Was ist Kebab, was laberst du? Leather Room Kebab Ich bin dahinter, Alter Googlet mal, das heisst Kebab Warte, ohne Scheisse, kommt der Stier Hey, Kebab Leather um Kebab Warum Kebab, Alter, da müsste ich schon etwas grusig sein Was bist du? Wieder zu Leather um Kebab Ah, why not push? Why not push? Why not push? Just push through smoke Hey, hey, wo ist push? Why not push? Sorry, du hast push, ja, du bist da im Spawn Ich bin innen push, ich bin innen push Ich bin innen push Ich bin innen push Oh, Luca, 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 oh nein, Luca, f*** ihn, f*** ihn, f*** ihn, f*** ihn Oh nein, ja Alter Ich pull mir noch Zeit Du bist trotzdem ein Mensch, Alter Du bist ein toter Mensch Wenn er einfach innen lag, Alter Nein, Mann Nein, der Luca muss immer nachladen Aber geil, dass wir so gehen, ist geil gewesen Nein, ja, wir sind nachladen, wir sind jetzt auch nicht alle 10 Sekunden Egal Los, schillt euer Leben, wir schaffen das so, kaum Was schlugt ihr mich so? Why you always say eco when it's too late? Is it too late now to say you're sorry? Why you always say no money, you wanker? Yeah, I have no money because you said let's go eco when I bought the kebler Suck my dick Suck my dick Dander, we have killed Suck my dick Look at the hunt Suck my dick Ey, Alter, das ist ja mein Tetscher, geil Das ist ja süge wie kuuuck Na jo, Alter, push hat er oder nicht? Ja, da ist... Ja, ich push jetzt Ich push jetzt, ich push jetzt Ey, will sie sich nicht pushen, Luca Doch, push, push, push Push, push, push Aio, start, push man, nie push Er ist angekittet, er ist angekittet mit EVP. Ja, du kannst noch pushen, nein? EVP dann. Schön, schiller. Äh, 150. Ah! Was macht er da oben? Schardt, schardt, idiot, schardt, idiot. No, you shut up. Shit, yeah. Let him play, shut up. You will die. Suck my fuck, hey. Suck my asshole. Suck my asshole. Suck my asshole. Hey, Sam, kannst du das mal sagen? Hey, kann man die Wiederholung anschauen? Ich kann vorher chinesisch Akzent reden, ich weiss nicht. Hey, Jungs, kann man die Wiederholung anschauen? Wer ist da, wer da? Wer ist mein chicken? Ich weiss, ich weiss. Ich weiss, ich weiss. This is the first time in America. For the first time. Guys, warte. Oh, voll schlecht. Sam, ich komm grad. Jetzt bin ich da. Oh, fuck. Ich muss durch. Nein, Bruder. Ich hab mir's durch, man. Sonst wäre ich gestoppt, wenn ich hinterher gegangen wäre. E-gestoppt, weiss. Aber ich bin ein bisschen alt geüttet. Von dem her bin ich eh zurück. Sorry. Oh, shit, bin ich auch nicht gut. Ja, mmm, KB wäre auch mal etwas ins Mock, my friend. Hey, der ist drauf gewesen. Der ist aber drauf gewesen. Das sind wieder die 100 Sachen. Hey, komm weg. Der Problem ist, unser teammate haben keine Existenz. Nein, der Schuss. Der Schuss ist drauf gewesen. Der Schuss ist drauf gewesen. Willst du den? Ab und zurück. Ich weiß nicht, dass der Schuss durchläuft. Dette kannst du durchlögen. Ja, aber... Hey, schillet mal und plant mal eines. Und Bombe legt. Oh. Der pickt nochmal. Der pickt nochmal. Kannst du. Stocht. Stocht. Du weiss ja, wo du bist. Ah, der ist nicht. Ah, der ist nicht. Du versuchst das. Hey, jetzt verloren, dass sie alle noch... Get AK! Fuck. Hä, wo? Fuck you, Animaly. Fuck her, ja. Fuck her, ja. Oh, der Clip ist aber schon nice gewesen. Fuck. Hast du überhaupt kein Essisch? Also... Ja, er kann kein Essisch. Ja, wirklich? Ja. Aber die schreit sich doch immer an. Nein, das ist nicht. Also... Also im Restaurant, wo ich... Wieso kann ich mit der Bombe nicht schlagen, Mann? Explodiert ja das, wenn ich auf jemanden schlage. Wer ist denn eigentlich der Gurke gewöhnt? Ah, Alter! Wieso pustet ihr denn nicht durch, wenn ich einen auf eine Bombe... Ich habe einen getötet. Ja, dann pustet direkt durch. Aber mit der Arp habe ich nur einen Schuss verloren. Sekunden mal. Oh! Oh! Oh my god! Look out! Was? Reaktion von unten. Der unten in mir hätte es mehr. Schade gemacht. Es laggt. Fuck her, ja! Jungs, ich habe ein schlechtes Ping. Es laggt. Ja, Alter. Sam, was hast du für ein schlechtes Internet, Mann? Geht's Ping? Ne. Ich schwöre. Sorry, aber... Schille, geht besseres Internet. Sorry, Mann. Schille, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin blau, weil du neben mir gestorben bist mit der Bombe. Ja. Einer ist da oben. Pusht durch. Ich scope ihn ab. Ich flashe in, oder? Nein, einer ist noch dort, aber ich bin da. Schöne? Ich liebe dich. Nicht. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich dich auch. Er ist oben zu rappen. Ja. Kann ich gerade wissen. Nein. Save MVP in Sandwich. Jungs, wir haben es nur verloren, weil ich du jetzt mal so spielst. Wir haben am Anfang nur verloren, weil ich so viel reinjunt bin. Nein, ich bin noch nicht eingespielt, Mann. Ich bin auch nicht eingespielt, Mann. Ich war auch nicht eingespielt, ich hatte keinen Raum ab, weil ich die ganze Zeit nicht eingespielt. Doch, du bist gespielt, ich bin nicht eine Minute eingespielt. Ich bin nicht eingespielt, das haben wir nur von mir kassiert. Natürlich. Ich habe nicht vor allem mal meinen KF CSGO gespielt. Aber Udi ist scheiße, der vorgeklippt, habe ich schon echt gemeint. Oh fuck, was ist denn einer, Udi ist noch dort unten? Ich schmöde hier raus, dass wir... Jetzt schlage ich Luca. Nein, sie ist damage 81 on K. Ja. 28... 19... Das ist noch ein Auto, das ist Venn. Ich kann da eben eine Welle vorbei, eine ist noch... ... eine lefte. What? Das ist Venn. Das ist Venn. Das ist Venn. Shut the fuck up. What are you even saying? Jörg. Der ist irgendwo und seit. 10 Schuss. 10 Schuss. Warte. Ey, wenn du scheissst, aber du bist 18, Alter. Man kann schon scheissbar mit 18. So? Ja. So? Ja. What the fuck, Alter. Aber ich will nicht gehen, chill. Es war nur Spass. Egal, das ist meine Side. Meine Home Side. Ich finde es unnötig, dich da nicht zu gehen. Vor allem Ausgang ist finde ich auch unnötig. Ich komme schon am Freitag raus. Am Abend. Mit mir und mit dem Sam. Und Jan kommt auch mit. Jan, Jan. Ich wollte noch mit Jan etwas machen. Jan kommt ja auch. Fräge ihn mal. Jan kommt auch mit dem Sam. Er hat jetzt auch gesprochen. Jan, wenn der zu mir kommt. Das hat... Jan, der aus... Die Tür fragte mich als erstes. Hey, so. Wann ist der Heckkasten? Der aus Pfaffiker. Wo kommt Jan? Der habe ich da gesagt. Pfaffiker etc. Er ist mir zu breitig. Was ist ironisch? Äh, sorry. Der Luka ist... Der ist hosch. Der... Der ist 3... Der ist 3 Wandschrauben. Wenn der Sam mit seinem Main Account spielt, dann spielt er wie ein Pies. Weil mir der kann zuschauen. Why you not tell where it is? You let me defuse, you fucking bitch. Why should we let you defuse? You're the last one who rotated. Shut my... Shut my ass if you get this round. Suck my asshole. Suck my asshole. Suck my asshole. Suck my asshole, you fucking hard. Das wird nicht so schlecht, Alter. Du siehst du? 88 Nacht. You like Lice, yes. You like Lice, yes. You like Lice, yes. Oh, hell no. Was ich mit der Glock hätte, dass ich... No. Lice is very good. Das passiert immer bei mir. Lice is good for Lice. Füll deine Haufte, yes. Very nice. Smoke. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Lice is very good. Lice is very good. Lice is very good. Bombe, Bartman. Appartement. Get back! Yeah, he's very good. He's very good. Yes, my friend. Dein Fett. Oh, Matto, man. Alter, ich hab dir den 4K aus der AK aus dem Streamer, soll. Hey, hey, yellow, yellow, behind you. Get over here, I'll show you. Catch, show me. You did not catch, you fucking idiot. Why you do this? Why you do this? Sorry, my hand slipped. What should that happen? Yeah, my hand slipped and I raped you, yes. Yes, please yell. Yes, thank you. Lower. Wimpish, are you normal up here? One north. One ramp, a ramp. I counter you, because a bombedropper. Deagle, damage, 70. Why not watching lower, idiot? Oh, my God. Oh, yeah. I'm not sprayed. I'm not sprayed. Very nice. Nice spray, people. You're very good. Oh, thank you, my friend. Thank you, thank you. Hey, silver elite. I silver? No, no. There's xy1s. Silver elite. Silver elite. You're so excited, I saw a fucking German cartridge. Why? 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 Flashing. 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 So, how do you say? The opponent doesn't have a flashing. Yes, it's a good one, right? The opponent doesn't have a flashing. I haven't heard. But, what? Is he at the center? Where's the team? Well, you look at it. I mean, you look at it. It's in the middle. One round, one round. One round. I mean, you look at it yourself and change that thing. I mean, you get a job at that time, right? I'm looking at Palace, I'm looking at Palace. Oh, Luka. PUSCHEN, JUNGS! Ja, eine, Palace, Palace, Palace! Ich lüge schon, ich lüge schon. Nein, ich sag auch Luca. Lass mir doch mal zu, wenn ich sag, ich lüge. Ah, für Luca gesagt. Aber er ist Wichser. Die Rüder ist ein paar Klinge. You were a Wichser. Ich stell vor nichts, ich hätte das eh erst gemacht. Wie ist das eh? Wie würde das eh sind? Wie würde das eh, hätte ich das eh gemacht? SIGMINCHÜG. Oh, das bin ich brutal. Ja, unglösung. SIGMINCHÜG. Hey, Can ich denn nicht zu ihm sagen, dass mein Schüllen eine Eiss geschossen hat? Ja, nein, ich hab schon ein paar Eiss gemacht. Lutsch, meine Eir. Ich glaube, das ist die Art. Schaseck. Ich hab mich ein flau. Das ist ein Timmer. Ich lieb dich. Ich dich auch. Ich kriegt. Can you say I love my ass? Ich liebe A.S. Oh mein Freund! A.S. vielleicht? A.S. 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 Why are you such a fucking idiot? It's your boy. You wanna kick him guys? Roger. Yes. Kick, kick, kick him. Okay, go kick me if you can. He very bitch. We'll have no eggs with them. If you kick him, we lose. We win. I can't even fuck him. Oh, it's a piece of cake. Piece of cake. Not piece of shit, piece of A's. You're a piece of a shit, you fucking asshole. Just saying, they're going mid. I'm wrong. I can't do this anymore. Two of them in the top. You're wrong, baby! You're wrong, baby. I don't see it for the win. That's what I see. Yes, I see it for the win. You're wrong. You can see it. You can see it for the game, man. You can see it. You can see it. You can see it. Heute ist der Tag der Matchpeak! W-Why are you breathing, you idiot? Stop breathing! Come on, come on, jump, jump! Guys! Shut your dumb ass up! F-Stalin! Stalin! Let's kick him, let's kick him! That was uninsettable! Why are you all retarded and not watching us? Okay, nein, ich treffe nur D-D-Schuss. Ich zeig das nie mehr. Schokala, du darfst aber nicht pushen. Ich muss pushen, pushen ist bei mir ein Leben. Du musst als Tee, mit mir. Aber nein, als Tee bleibst du nie am pushen. Hey, Pee an Tee habe ich gepusht, als ich 4K gesagt habe. Schau, wie man pusht. Schau, wie man pusht. Du seist du ein Globel, schau, wie man pusht. Ich habe es am Schüler gesagt. Nein, hast du nicht, Luca. Doch. Ich muss nicht pushen. Ich werde es nach Hause schneiden beim Steam. Ist mir egal. Du hast mit ihm geredet. Weil ich habe nicht eines Wort gesagt. Wenn du jetzt einen Community selber machst, sind sie einen Schiss auch besser. Also einen Tick selber. Aber ich kann es nicht umgehen. Du hast was nicht gesagt. Du hast es beim Tick selber. Gib Zeit. Ja, das ist für dich. Ja, du bist bei dir. Du hast es auf die Ape. Du hast es bei dich. Du hast es auf die Ape. Du bist in China nicht. Ich mache eco, oder du dropst, oder? Ich mache es ja. Oder du verrufst, oder? Vielleicht B. Du kannst nicht eco, weil du die einzige Sache nichts für. F**k duع! Ich brauche keine Geld. Nein, kein Geld. Ich glaube, das war ein guter Idee. Hast du schon eine Waffe bekommen? Hast du schon eine Waffe bekommen? Nein. Nein, du hast eine Waffe bekommen. Kann man sich wirklich nicht anheben? Teammate. Einer kommt... Oh mein Gott. In Blu, you're gonna die. Links von der Seite. Ja. Nein. Ich bin nicht schlecht. Nein. Nein, du bist schlecht. Du bist nicht schlecht. Ich weiß, aber du bist schlecht. Das macht nichts. Du hast mir 4k gesehen? Eine Upper-Mid. Warum nicht jemand checken Mid? Du hast AWP, Idiot. Upper-Mid. Du bist der richtige Seite. Wer ist jetzt verloren, du B****? Wer ist jetzt verloren, du B****? Wer ist jetzt verloren, du B****? Don't talk. Don't talk. Ich glaube, wir brauchen keine Waffe. Ich kann nicht sagen, dass du nicht gesprochen hast. Du bist ein dummer Besser. Du hast eine Waffe. Genau. One-Kid. Ja, du bist... Hey, wenn du Zähl spielst. Wenn du Competer spielst, lasst es raus. Aber hier, lasst es nicht aus. Du hast es nicht aufgefacert. Ja, ich bin... Das für Rang aufgegangen. Das für Rang aufgegangen, Kollege. Okay, Sam. Sam. Es interessiert mich halt. Bring mich kurz auf Team Ski. Ich spiele mich auch richtig. Ich schwör, dass es spielt es richtig. Verpisset euch. Ich mach das schön allein. Das schaffe ich auch allein. Und da nach oben ist es. Ich muss das für meine Familie in Tentenia machen. Hey, ich fache allemaal, wie ist denn Original? Also eigentlich kommt er zu Wort. Was sagst du eigentlich? Was sagst du? Sagst du etwas mit meiner Familie? Oh, schonオh, man kann mich nicht vertrauen. Hi, ich sagst du einfach mit meiner Familie. Das ist ein hummer. Ja natürlich, nicht wahr? Ich drehe mich herum und wird angeschossen. Oh ja! Reden, reden! Räder, komm! Beide, beide, Räder! Very nice smoke Look out Bitte schön weiterreden Look out, man sieht, der schlitz Was? Pfff, Alter, da ist noch mal full life Nein, noch mal fast tot Wett Ohlala Alter, ich switche so Ich seh so, sie schauen sich einfach an für eine Sekunde Und nachher schiessen zuerst D-Dash in den 3-Pot Das ist ganz anders Arm hat sich plantet Throwing a grenade Lester, backside Mh, Minus Nudiskart, das scheiße Mh, Minus Nudiskart, das scheiße Ich bin nicht egal. Okay. So, shut up, Arka. Get your bubblegum, dum-dum-looking ass. Move it, move it! An-na-an-nal. Throwing smoke. An-an-nal. Hm, wer flucht Palazade? Das ist so... Do you like an one? Yes. No, not... Not with man. But with man. Eh... Sandwich, Sandwich. Was? I said Sandwich. He was Tetris. He... Sandwich. I said Sandwich. He was Tetris. I said Sandwich. He was Sandwich. And you wanna fight? Roger. Oi. Move! These fellas are gonna regret. Ah ja, wir verlieren das. Nein, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist schon geil, wenn du mit der Schüler spielst. Ja, ich weiss. Nach Tagen... Ich glaube halbe Woche nicht mehr gespielt. Halbe Woche, gestern... Halbe Woche hast du doch nichts hatten. Wenn du in Ferien gehst und auf 5 Wochen zurückkommst, dann ist das zu viel. Das ist schon geil. Von Upper-Mid. Right-Side Upper-Mid. Ich muss die ganzen meine Hände eingreimen, damit sie schön weich sind. Ich kann ihn durch. Oh, mein Gott. Ich kann mich nicht mehr verbinden. 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 Ich kann ihn nicht mehr verbinden. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn erinnere. Der Konzert war zu sehen. Das war Sinn. Ich bin so stark. Er war so lustig. Er war so langverteid. Ein wirklich 6-jähriger Kidi. Wer? Du, Mann! Das ist schön, du musst immer diskutieren. Nein, du musst ihn provozieren. Ja, du tust jeden provozieren. Und dann habe ich noch nie zwei Fliegen mit einem geflatscht. Hauptsache, das ist gar nicht provoziert, das ist Hobbylos. Das ist nicht Hobbylos, das ist einfach dein Hobby. Blu? Schnell, schnell. Bluu? Irgendwann, die Bombschkonekto. Die Bombschkonekto. Innen. Ah, darf er sich gerade verraten? Noch nicht? Was macht dich? Ich hab noch nie jemand gesehen, was da hängt. Ich hab's einmal verliebt. Aha, we lost. Junk and Dino. We won. Fucking team. Useless team. Ich bin gut gewesen. Ja, ja. Was meint der andere dumme DDoS? DDoS heisst, wenn du das Internet von jemandem in den Lamm legst. Aber für das brauchst du ja bessere als er hat. Und das weisst du nicht. Nein, Juli, brauchst du nicht. Doch. Nein, brauchst du nicht. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Du kannst über... Juli, ich hab's schon mal gemacht gehabt. Juli, du brauchst... Weisst du, wie du DDoS Attacken machst? Du brauchst du nicht über deinen Routen selber die Daten verschicken. Du tust über deine... Inter, über deine Verbindung, über deine Verbindung. Ah, ist das so? Also über Swisscom tust du... Über Swisscom selber. Nein, ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Machst du das? Das hast du mit... Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved to your channel. Wer hat da die Macht? Du nicht. Ja, Juli. Der einzige Macht, was du hast, ist in der Küche, wenn du Pizza machst. Nein, ich spiel gar nicht. Hey, wieso gibt's die Sounds von Age of Empires? Gar nicht. Siehst du so? Aber lass uns sagen, ich spiel gar nicht, weil ich Kanoff hatte. Hä, was? Kanoff? Ja, was... Wir müssen nicht Arnie? Nein. Wenn man... Also weisst du, ich bin schon draußen, du... Irgendwann. Ich spiel auch aus. Okay, Luca, was wollen wir noch spielen? Weisst du, was willst du spielen? Gar nicht. Was willst du spielen? Du Sack. Äh, was haben wir noch? Wo kann ich mein Profil anschauen eigentlich? Gar nicht. Ja, Profil? Du musst auch einfach deinen Namen klicken. Nein, dann komm ich auf mich nicht. Ah, doch nicht. Luca, wollen wir noch Forest spielen? Payday? Wollen wir Payday spielen? Nein. Doch, wir spielen das Payday. Nein, ich hab nicht. Doch, es geht nicht so lange. Nein, ich hab nicht. Luca, ich hab's für dich runtergeladen. Nein, ich hab nicht. Doch. Nein, ich hab nicht. Luca. Nein, ich hab nicht. Ich spiele am Morgen mit dir Age of Empires. Nein, das mache ich schon so. Stimmt nicht. Doch. Doch, komm jetzt einfach, Mann. Kann ich das jetzt wieder anschauen oder nicht, das meinst du? Nein. Nein. Ich will's aber wieder anschauen. Mach's nicht. Wolltest du Demo? Doch. Aber es ist nur eine Demo. Was heisst das? Demo, das ist das ganze Spiel berücksichtigt. Nein, nein. Wolltest du Demo? Das heisst nur ein Teil, oder? Nein. Eine Runde. Gell Sam? Eine Runde. Was? Wenn Demo heisst, dann heisst es nur eine Runde. Nein, nein. Nein. It's Ya Boy. Sam hat gut gespielt. Ja. Flame Aspect hat Fanny gespielt. Luca, spielen wir jetzt Payday? Nein, wir spielen nicht Payday. Ja, Luca. Schau dir jetzt die Demo an. Was? Was? Luca! Was? Luca! Ja. Wie der Sam, auf seinem Männergang, spielst du schon immer so brutal. Das geht gar nicht weiter. Spielen wir dann, Luca. Was? Spielen wir dann. Wie spielen wir? Ich weiß nicht. The Forest. Call of Duty. Black Ops 2. Ich gebe dir 5 Sekunden. 5. 5. 3. 2. 1. Warte, dann spielen wir PUBG. Ich habe PUBG Lust. Einer hat es voll Lust auf Payday. Payday, also ich schwör gerne spiele, aber wenn du mich mehr zerstörst, dann nicht. PUBG, PUBG, PUBG. Was spielen wir morgen? PUBG, PUBG, PUBG. Und übermorgen? PUBG. Und über 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 H2F1. Nein! Also, morgen spiele ich ja kein PUBG, oder? Das spielt keine schwarze Liste. Du hast doch gerade vorhin gesagt, du gehst offline. Ja, ich glaube offline heisst das nicht, dass ich direkt offline gehe. Ja, was sag ich ja. Er muss lernen. Er hat mal eine Schule. Was? Ich habe es sicher nicht, Alter. Hast du mal eine Schule, oder? Ja, ich habe ein Abo und so wie Scheiße. So in Englisch, Abo, Alter. Was ist das, Alter? Eine Schule. Ja. Es ist Schule. Aber du weisst, wenn du keine Prüfung hast, musst du auch nicht lernen. Ich meine. Wieso hast du Minecraft geöffnet? WTF? Scheiße, ich schaue immer deine Städte an. Wieso schaue du meine Städte an? Nein, weil ich immer so sehr darauf klicken. Aber es steht ja immer nur. Genau, dort gehst du. Luka, hi! You are moved. Willst du mit den anderen spielen? Du musst ja auch gehen. Mit den anderen? Mit den anderen. Mit den anderen? Mit den anderen und den anderen Tissue. Und wir müssen es kommen. Sam, wir verlieren dich. Vielleicht kommen wir ja gravid. Nein, 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 nein. Ich muss nicht aufrufen. Du musst nicht aufrufen. Du musst nicht aufrufen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß ja. Ja, gut nach. So... Mitspielen! So, jetzt doch. Ja tut mir leid, Alter. Ich kann mir keinen Fehler mehr erlauben, sonst werde ich wieder gebannt. In zwei Sekunden. Hallo? Ja. Was gehts? Was gehts? Willst du es raussetzen? Nichts. Buddy in your channel was banned from the server. Jetzt ist er gegangen. Wow, du hast ihn jetzt ernsthaft geballt! Wegen Respektlosigkeit! Fuck was geht! Und wird geballt wegen Respektlosigkeit! Ey, das war bei mir auch so. Hast du das irgendwie auf, ähm, strgv oder was? Nein. Copy-paste oder, ne? Nein, ich hab den Angrind eingespeichert. Ach so. Oh, komm ich wieder! Ich geh wieder auf Text. I get disconnected. Channel switched. Buddy was moved to your channel. Sponsier dich einfach. Für zwei Sekunden. Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich mich mal anwenden. Warte kurz, gehen wir uns jetzt kurz provozieren. Wenn wir heute wieder finden wollen, was wir machen, und ich kann dir zeigen, was wir machen. Und das sind nur zwei Sekunden. Also er hat nicht so rum. Schick dir jetzt das Foto vom TS. Beste TS. Da wird auch niemand einfach so gebannt. Also ich mach's nicht, aber... Ausdreht mich wirklich auf... Niemand. Mörd. Jetzt. Der Dex ist einfach in Stepach E-Kam machen. Du kannst mit ihm reden. Du kannst mit dem HB gehen. Aber das letzte Mal mit seiner Salami. Schau mal, Red, wie du Spass hast. Ja, spielen wir jetzt alleine? Ja, Mann. Geht euch nicht mehr drauf. Sie haben mich ja gebannt. Das ist der beste TS. Niemand wird einfach fahren. Jetzt machen wir noch ein Spiel. Genau. Hast du jetzt einfach nie gesehen. Ich glaube auch gar nicht. Ich bin am 11. Also noch ein, zwei Spiele. Oder wie viel willst du noch machen? Bis um 12? Nein, Mann. Da. Ist lecker. Aber wo ist es? Den Clip muss man nachher raus schneiden. Sonst du ihn bitte. Der ist halt nach der Schule geworden. Der 4K, der ist schon geil gewesen. Musst du dir sagen. Was gibst du dafür? Nicht. Der geil Clip. Zu meditieren. Oh, krass. Also. Sollte ich ihn auch nie losgehen? Sollte ich ihn auch nie losgehen? Also. Ich gebe ihn auch. Oh nein, ohne Scheiss. Sollte ich ihn raus schneiden? Ja. Dann möchte ich aber auch raus schneiden, wie du ihn nachlässt. Die ganze Zeit. Nein, du musst das drinnen lassen. Das gehört zum Spiel. Nein, ich meine, dort wo du stirbst, stehst du mal raus. Das ist einfach zu Schuss. Das meine ich. Steigen wir. Ja. Nein, Luca. Nein. Oder steigen wir da aus? Steigen wir da aus? Ich fahre mal steigen wir raus jetzt. Luca, nein. Böse Juck. Es geht einfach dort hin. Nein, Luca. Mach keinen Scheiss. Mach keinen Scheiss. Okay, dann gehen wir aber. Drei. Zwei. Eins. Ah, ist es super schön. Shelter, ich komme. Nein, Luca, jetzt mach keinen Scheiss. Mach keinen Scheiss. Oh, ich liebe das Spiel. Vor allem, wenn ich meine FPS drinne. Ich wisse dich so. Jetzt, ja, boi. Du stirbst hier wegen dir. Du stirbst schon nicht. Du kannst dir selber das überleben. Ja, mit etwa fünf Leuten, die dort sechs. Ah ja, mit dem Alter kannst du rumschauen. Und selber fliegen. Ach so. Also mit dem Alter kannst du rumschauen ohne Probleme. Also das heisst nicht, dass du, irgendwie eine andere Richtung auch so fliegst. Ich will den, ich will den fucking Box in die Fresse gehen. Ich weiss nicht, ich glaube das ist mein Tod. Wenn ich dem nachhabe. Ja weiss, wenn du einfach bei Farm wärst, hätten wir jetzt zwei Jiserzuchtpläne. Wäre ein Fischnäller. Ah. Ah. Ich verfolge mich. Wieso spielen wir überhaupt Solo-Q? Machen wir gerne? Ja, ich gehe halt da tief. Ich schaue da noch zu. Ich blieb mir da. Ja, okay. Jetzt soll ich mich halt allein. Komm mal rüber. Scheiss drauf. Nein, ich bin band. Ich will ja gerne. Ich bin band. Ich sage es jetzt hier in der Schule, ich habe mich nicht. Du bist band. Und so. Ey, ich sage es. Und so. Ich kann wirklich nicht reinkommen. Ja, sag das. Sag das. Okay. Dann komm ich so. Du gehörst halt leider nicht. Okay. Du kannst ja beim Teil und Stream nachgehen. Ja, aber warte schnell. Dann muss ich ihn noch zuerst einschalten. Warte schon. Ich kann nicht ernst bleiben. Ich kann doch gar nicht ernst bleiben. Sag doch. Ich muss ja auch sagen. Ja, ey, was machen wir das? YouTube. Ja, YouTube. Ja. Schau mal in PUBG. Ach, ich sehe es also. Zwei Minuten. Ja, ich sehe. Du gehörst jetzt noch. YouTube. Channel Switch. Ey, was ist los? Ich klopke da gerade auf. Ey, was ist los? Der Schule kommt rein. Ja. Der Schule kommt rein. Nein, er kommt mit meinem Teamspeak rein. Wo? Pernomens-Bahn. Nein. Also er sagt mir die ganze Zeit, er ist Pernomens-Bahn. Er kommt gar nicht rein. Er hat zwei Sekunden-Bahn bekommen. Er labert. Er hat es mir gerade auf Skype gezeigt. Du hast ihn wirklich für permanent gebannt. Durch ein Pernomens-Bahn. Doch. Nein, die Bahn sind nicht mehr. Du kannst das sogar im Verlauf hier nachgucken. Durch ein Pernomens-Bahn. Du hast, äh... Flame Aspect wurde von Dragon und Janine permanent von diesem Server gebannt. Wegen Respektlosigkeit. Das reicht. Okay, das guckte. Ne, warte. Ne, hier steht. Warte. Ne, zwei Sekunden immer da nur. ...weil sie gut. Uff. Es ist aus meinem TSO. Aber er kann keine Miene. Warte. Komm doch mal an der Bahnliste, was da noch drin ist. Internet haben wir doch wieder geguckt. Aus Bannen halt nochmal vier zweite Kunden. Ma... Dann hin ist in Bannlaune. Du kannst doch auch kicken, das weißt du, ne? Ja, naja, Kicken ist langweilig, höre ich mich so an. Ich sehe in der Schirmwo-Spam-Spiel. Wo ist denn der? Ich muss seine Identität wieder suchen. Doch, Spam-Respekt. Lärmpern, noch für zwei Sekunden. Jetzt sollte es gehen. Ansonsten hat er Teamsticker davor gespammt. Gibt's ja nicht, Alter. Dimm, 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 dimm! Ich hab die andere in einem Schmied gemacht. Guck doch mal in der Bannliste, ob sein IP da noch kommt. Ist er nicht. Sein IP. Ist nix. Ich lege nachher, ich lege nachher, was er falsch gemacht hätte. Auf jeden Fall, er spielt jetzt noch schnell fertig. Anders machen wir mal. Okay. Mittelleute. 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 Leute, habt ihr zufällig Bock auf PUBG? Also sind zu viele dafür. Ich mach nicht den. Ich geh jetzt pennen. Bye. Tschüssi. Ich hab keinen PUBG, leider. Kann ich auch nicht. Du bist Streamer, du hast immer Geld. Nein, weibliche Streamer, die ihre Pups in die Cam halten. Die haben Geld, ja. Vielleicht auch nicht dazu. Janine, wie haben deine Instagram Bilder gesehen? Instagram? Ich mach das auf Twitch. Auf Twitch will ich seriös auftreten. Ähm, und außerdem... Seriös. Du. Du. Also praktisch weiss, ich bin es entkengelernt. Aber kann ich mir das nicht vorstellen. Was ist... Der eine macht einfach mit. Der eine hat wirklich einfach mitgemacht gehabt. So ist auch nie. Das ist im Parlament gehandelt. Geil, sicher. Wer ist das gewesen? Weisst das, was ist? Ähm, das ist glaube ich der Master Chief. Der Jeremy, oder? Ja, das sollte... Ja, das sollte... Doch, doch... Ich glaube das ist... Ja, das sollte der Master Chief sein. Ah, den... Den hab ich jetzt gesehen. Da muss ich in die Pfanne gehen können. Ah, ich finde es so lustig. Du wirst jetzt verbunden werden. Hey, hey, hey. Das ist meine ganze Familie. Also äh... Mit ihren Geschwistern. Also gestorben beim Auto. Ja. Wieso hast du jetzt? Ja. Er ist der einzige, der überlebt. Jetzt besitzt er eine Immobilie. Wie alt ist er? Äh, er ist jetzt 20, glaube ich. Er hat... Er hat äh... Also... Zwölfig. Zwölfig. Also ist jetzt anscheinend noch heute. Woher? Weiss. Weisst du... Weisst du, ich meine... Du siehst ja dann noch tot. Oder? Mhm. Wenn du... Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Alter. Ich habe das so hart gekriegt. Das ist hier vorne gegangen. Wir wissen schon. Nein, bitte. Hör auf, Schüler. Nein, nein. Bitte nicht. Du sie weg droppen. Du sie einfach weg droppen. Mutiere nicht zum Franzosen. Danke. Der Absatz weg. Schiffa, du hast jetzt wirklich eines, was du aufgemacht hast. Wo du geschlossen hast. Ja, darum habe ich eine Beifeldung. Was hast du? 1, oder? 2, 2, Stufe 2. Jetzt hast du eine Stufe 2 am Boden. Nein, ich habe eine Stufe 2. Nein, du hast eine Stufe 2 am Boden. Nein, ich habe eine Stufe... Ja, aber ich habe eine Stufe 2. Nein, du hast eine Stufe 2 am Boden. Ja, das auch. Ja, das auch. Ach, halt... Fuck, ich lauf weg von der Taser. Da oben ist ja ein Buggy gewesen. Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Nicht so glücklich. Ja, bist du. Oh, ich habe genau einen Schutt. Jetzt sehe ich mich genau... Get raped! Ja, lauf in die... Die Bader innen. Hey, die Bader. Wie war sein Auto? Ich hoffe, es wird zerbummt. Taliban ist du. Fug. Fug. cách operational Tschöö, du sollst ins Bett, es ist 11 Uhr � noch diegeldage ins Bett! Deine Haare sind hässlich, du musst Haare schneiden. Ich weiß nicht. Aber es ist so schwer. Hä? Es ist so schwer. Ich schlafe jetzt einfach drin. Jolo. Ich weiß ja, du hast es gerade hier. Wenn du nicht mehr laufst. Super, was gibst du mir? Du bleibst es sehen. Schau, du hast es schon aufgenommen. Was gibst du mir jetzt? Nicht? Nicht? Nicht Döner-Switch. Ich gebe dir, du kommst mal mit her. Döner besser? Nein, ich habe nicht mehr besser. Nein, das mache ich nicht mehr. Was ist der Scheiss da drin gewesen? Der ist so gross. Der Döner. Der Salat war gross. Soße war ganz okay. Das Fleisch war nicht so fein. Du eisst einen Döner normal. Du hast keine Döner-Bucks. Bei dem Züri-Bisto bist du auf den Kopf geflogen. Hat dir das niemand erklärt, dass der Züri-Bisto muss Döner-Bucks mehr? Der D-T hat gesagt, ich sei dünner in D-T-S. Der D-T hat keine Ahnung von Döner. Auch wenn er von diesem Land vielleicht kommt. Aber er hat trotzdem keine Ahnung. Er kommt von der Frage. Er hat sich mal noch weniger Ahnung. Er will Kepa berüben lassen. Im Mittelalter. Das muss ich selber bringen lassen. Stimmt gut. Das ist ein lieber Pizza, Mann. Ich brauche noch eine Grafikkarte, so eine RX Vega 64, nur so richtig Pornös. Links! Das kannst du nicht mal wissen, Alter. Ich habe eine Shit gehört. Ja, ja. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr einig gewesen. Alter! Schau mal deine Schuhe an. Ah, tu Schuhe an. Doch, tu Schuhe an. Ich habe gar keine Ahnung. Das sind afrikanische Schuhe, Alter. Meine Frau. Mein Wunsch heißt, wenn du schuhe esst, verbessern. Das sind Falschriften. Schuhe. Over. Was ist over? Schuhe, over. Wend out. Rechts oben. Auf dem Berg. Schüss. Oben. Rechts, weiter, rechts. Ein Auto. Rechts oben. Rechts oben, rechts oben, rechts oben. das ist noch ein Healer das ist noch ein Healer das ist noch ein Healer schön jetzt nehmen wir noch ein Leger Healer voll Blatt oder hast du was hat sie für Munition? 16 das ist 5x du brauchst 9mm für deine Uebel und 5,16 äh 5,13 ja du musst heilen ja Alter du bist in der Level 3 hier? ja ich hab dich und was für ein Westen? äh du wolltest noch 2 Euro zu gehen im Westen haben die auch noch Stufe 1 du musst schauen ob du überhaupt noch Westen hast Alter ich hab dich schon auseinandergenommen dort wo immer noch heilen wollte aber wo du nachher wieder geschossen hast er hat das gemerkt können dass du kommst du hast halt nochmal hinter dem Baum geschossen so richtig unten weil du hättest einfach drauf egal ich hab's ja gehabt ich weiss und jetzt muss das Auto fach ein bisschen mehr in die Safe Zone rein normal sollst du immer am Rand bleiben immer dort wo die Safe Zone nächst am Rand ist immer dort wo die Safe Zone nächst am Rand ist da hast du am meisten Zeit um wieder in die Zone rein und bist am meisten von der Wand denkst du das ist einfach wirklich so ich hab grad ein Tipp wie du gestern du musst eigentlich hier oben rechts bis Schulze ungefähr jetzt würde ich aus dem Auto fahren weil du machst Sound nein ich fahre noch was und da ist kein ich hab keinen Scoop drauf da 拒ить schon irre spot und wie war das eigentlich mit dem 4er geflipte? wie war das natürlich? wie war das eigentlich mit dem 4er geflipte? ich mach das mal auf dass es die ganze Zeit reint nicht Interessiert man nicht. Du bist echt wichtig. Überhaupt nicht mehr. So mache ich es nur in Competitive. Ich mache es eben in Competitive nicht. Aber Competitive nicht mehr wichtig ist für mich. Für mich ist das, was du gespielt hast, nicht wichtig. Dort ist es wichtig, weil dort ist ein guter Pick. Da muss ich ja dort gut spielen. Ich finde es einfach 5.6 oder 5.5. Der hat Rotpunkt. Ja, Rotpunkt. Merkt ihr etwas? Fahrt gerade aus, wo du jetzt auf der Karte am schauen bist, hat es eine Brombe im Sohn. Wieso trinkst du einen Ernst? Du hast nicht einmal angekittet. Wieso trinkst du einen Ernst? Komm, du hast doch drauf gehauen. Kannst du mich irgendwo an mich schauen? Ich kann nur diese Richtung schauen, wo du schauen. Ja, dann schaue du links und ich schaue rechts. Ich kann nur schauen, wo du an mich schauen bist. Bist du behindert? Wenn ich gerade aus schaue, hast du eine linke Seite und eine rechte Seite. Ist mir egal. Rechts schiess auf dich. Hinter dir. Hinter dir auf den Berg. Ja, was willst du? Lass mich jetzt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich drehe mich nur um hinter dir. Nein, das ist doch nur um... Es sind auf den Berg. Einfach mal in Ruhe. Krass, das wollen wir Leute einfach etwas sagen. Mach mich doch einfach. Jetzt geh auf den anderen TeamSpeak. Nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wir waren gerade live dabei, als sie es geändert hat. Bzw. sie hat es ja nicht mehr geändert, weil sie es nicht erinnern konnte. Weil das nicht so war. Dann hat er wahrscheinlich den Timout von TeamSpeak bekommen. Er hat erstmal nicht heraufgegangen, weil er es gespammt hat. Er hat nicht gespammt. Er wollte nicht mal mehr heraufkommen. Ich habe ihn dazugezwungen. Wann lügt er? Kannst du selber gucken? Warte, ich gebe dir die Adminrechte. Nein, nein, nein. Ach, jedem gibst du Adminrechte. Kannst du wieder wegnehmen? Ja. Ich kann nicht mehr wegnehmen. Ich kann nicht mehr wegnehmen. Also ich kann es eigentlich nicht mehr machen. Aber der Schülle kommt trotzdem nicht herauf. Es hat mich gebannt. Es hat mich gebannt. Es hat mich gebannt. Schülle. Jetzt habe ich gebannt. Ja. Du musst schnell. Jawohl. Sie hat mir so gesagt. Ich habe nicht weiter so gemacht. Er kann nicht drauf und so. Weisst du sicher, was sie nachher gesagt hat? Er kann darauf nach dir angehören. Ja, wir haben geschaut mit dir. Er kann es nicht ändern, weil er nicht gebannt ist. Ja, ich bin so. Du kannst selber schauen, ich gebe dir Adminrechte. Ich wollte dich gerade verarschen. Du kannst wieder wegnehmen. Jetzt weiss ich bin später. Du kannst wieder wegnehmen. Ich habe Bernd von mir selber. Sie kriegt mich nicht mehr sicher. Ja, easy. Ich gehe mir über. Ich komme und lebe mich nochmal mit dir. Ich bin verbargt. Ich bin Neustadt. Ich bin Neustadt. Ich bin Neustadt. Ich bin Neustadt. Bei euch hat er Angst was. Ich bin neustadt. Victor, mit dir will ich noch zusammen sein. Warum im Weid wo Motorrad fährst. Und coole Tricks wahrscheinlich machst. Ja. Ja, ja. Ja, mach ich. Wir treffen uns einen Monat. Ich übe nochmal. Warte mal. Ein bisschen auf dem Avatar. Kann schon gucken. Das fährst du dir auf der Frenmaschine? Ja, auf dem Avatar. Ich hab das immer minimiert, ich benutze das für's dann nicht. Ist das die KTM? Ne, ist das die Suzuki. Das ist die Suzuki. Erkennt man doch, Junge! Ja, ist gelb, hallo? KTM wäre orange. Fährst du Crosser oder fährst du auch Sportler? Ja, was fährt schon. Ich hab einen Sportler und die Cross. Aber ich hab grad gedacht, die KB haben dann nicht. Die PS hat die Sportler? Ah, Luca, du gehörst sie immer noch, he? So ist das? Immer. Bist du immer noch von anderen TS? Nein, bin ich nicht. Also ich bin schon auf dem Teamspeak, aber gemütet jetzt. Ja, aber ich gehör sie. Ich hab gemütet. Ich gehör sie im Livestream. Ja, kannst du ja schauen, ich bin... ich hab's auch gemütet. Nein, ich hab ja grad gesehen. Also jetzt ist es... Ich hab's auch noch mal schauen. Ich hab's auch gemütet und dann fragst du... Bist du immer noch auf dem Teamspeak? Ja! Ja! Wie? rättig Magepbreak. icamente. Jetzt என mehr sowie ein Problem... Ich schiesse immer auf das dich. Ja! Ja, ich weiß ja! W 3000km! Ja! Und so weg! Was? Nee! complex! Ich bin schon da noch da. Gibt es ja Boi Anomaly? Ja ja Boi. Äscht da. Äscht da. Äscht da. Gibt es ja Boi Anomaly? Äscht da. Äscht da. Nie ohne Seife waschen. Ja, ich bin schon. Ich bin schon. Genau auf das Luft. Geh mal mit der Ruine, Alter. Was für Ruine? Ja, Ruins. Geh der Leiger. Ich gehe Wasserstatt. Geh, dann guck mal Wasserstatt. Dort hat's mehr geschen. Denk mal raus. Jetzt. Aber. Was jetzt aber? Direkt runter. Wasserstatt. Der blaue, oder? Dort, wo es Wasser hat. Siehst du Wasser? Ja, ich seh's. Das ist gefährlichste Auto. Du kannst an der Kamera fahren. Wenn das Flugzeug drüber fährt. Fliegt. Also gefährlich ist es nur, wenn ein Teammate von dir im Wasser stirbt. Also für die Gegner ist es gefährlich. Weil wenn der Teammate im Wasser stirbt, kannst du ihn im Wasser re-weifen, ohne dass der Gegner dich anheiten kann. Weil das ein Fahrgist durchs Wasser kannst du nicht schiessen. Ist das gewiss? Ist das gewiss? Nein. Jetzt weiss ich es. Es gibt hoher für die, ähm, PlayTV-Videos. Also andere Brücken. Es ist von mir nicht geladen. Also kann ich keine Brücke benutzen. Was hast du keine Brücke benutzen? Es ist alles klump. Klump? Was ist das? Ist das nicht gut? Ja. Was ist das? Ist das nicht gut? Wir sind ein Klump. Nein, Klump. Was ist das? Da ist einer, gell? Ich kann nicht. Es leck. Weil es alles am Laden ist. Ich war da noch nicht. Noch nie? Noch nie in Wasser statt. Also doch schon einmal, aber... Du weisst schon viel verpasst. Das ist dort, wo ich die einstellte. Noch nie gemacht habe. Das ist dort, wo du das Spiel erst abgeladen hast. Genau, ja. Da lag ich das immer noch nicht. Jetzt ja bei. Ich kann nichts machen. Du musst meine Waffe bringen. Ah, jetzt. Ich habe nur eine Pistole. Da kann es eigentlich keine Waffe. Jetzt funktioniert es. Einigermassen. Mir liegt jetzt ein Revolver anbauen. Ich kann dir die Schüsse geben, wenn du zu mir kommst. Ich glaube, da kann ich nicht steigen. Ich bin dort, weil... Es kommt auf der Fall, wo du gesehen bist. Aber irgendwo bin ich schon gesehen. Kann ich nicht steigen. Da ist die Tür schon offen. Ich bin dort. Ich bin da. Ich bin da. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung! Ich bin da. Ich bin hinter einem Baum. bitte sag mir, du bist im Wasser, geh ins Wasser, geh ins Wasser und fast Sie können mich nicht treffen, behindern und gehen Wo sind sie? Sie sind da im Wasser Schau doch bei mir Why are you a bitch? Why, why are you so a bitch? Pull some paintings on, fucking idiot Get some... Get some money, fucking poor ass Irgendwann, schau mal zu ihm zu tun, bist du das schon? Ja F**k Ich like's jetzt Nein, like nicht dein eigenes Dream Bist nicht so Biba-Boy, man, dann legst du ihn nicht bei mir aus Und darf er? Schau, wenn er so wieder... Also am Anfang, immer wenn er so ein Video macht, du dir ab und zu seinen Kanal und das letzte Video zeigst, wie es abgegangen ist Oh mein Gott, schau, ich schau dir gerade zu oben Gott, so sch** Ja, in der Stadt kannst du eben nur durchs Wasser schiessen, wenn du eben... Tschüss, könnt ihr noch einen Moment und nicht Die Oberbrust trifft, bitte start Den trifft ich auch nicht Wir gehen nie, wie das ist auch Gehen wir jetzt den anderen Teams weg Nein Ciao Ihr seid mit Anzügen rumgefahren Ja, das war ne Ausfahrt, da sind alle in Anzügen, wurde halt gekleidet mit Hemden und was weiß ich rumgefahren Hä? Weil der vier... vier Leute... Ich meine nicht ganz witzig Weiß ich was? Such mir zwei Leute und dann bin ich hoch Ihr müsst, ihr müsst das scheiß Unicorn Rucksack gekaufen damit er dann zahnt Ja das stimmt, ich... Ich bin sicher, wenn du zwei Leute findest, wo ist er? Ernsthaft? Ich hab auch nicht gesucht. Oh, ich find gerade. Ich muss mal grad sagen, ich find den sofort. Ich find aber nicht den TS. Ja, ich auch nicht. Die spielt immer so fucking serious, ey. Hä? Was? 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 Kann das zwei grauschtest du mega aus? Nein, nein, sie nehmen PopG zu ernst, das verstehe ich. PopG macht weisschen Spass und das musst du bei Ernst nicht. Nein. Fühl mit dem mal Erster zu sein. Entschuldigung, bist du schon mal Erster zu sehen in PopG? Nein. Ja, dann hast du das Gefühl nicht. Das Gefühl will ich wieder haben. Also ich weiss das Gefühl. Also ich kenne schon das Gefühl von Tel, von H1C1. Aber dort ist scheisse das Gefühl. Es ist aber schwieriger als... Nein, es ist aber nicht schwieriger. Doch. Zielen und Schiessen ist gar ganz ganz anders. Ja, aber es ist einfacher für mich. Nein, es ist aber nicht. Eben schon. PopG ist für dich 100% einfacher. Nein, das kann ich nicht. Doch vom Zielen her ist so... Ja, vom Zielen. Du musst hier zweimal Rechtsflick machen, damit du zielen kannst. Ja, ist voll einfach. Also einmal Rechtsflick machen. Ja, weisst du was du musst machen, wenn du zielen willst, wie bei H1C1? Du musst in den First Person Mode gehen. Und dann musst du noch klicken, knapp doppelt. Das ist okay. Nein, du musst nur einmal drücken, Rechtsklicken und dann zielst du schon. H1C1. Okay. Ich weiss es. Wieso spürst du mit PUBG? Weil PUBG mehr Spass macht. Und es ernst musst nehmen. Also ich bin noch nicht mehr drin. Und... Ich bin so am Boden gesessen und am Umslide gesessen. No shit, Alter. Wollt ihr anstecken? Stecken raus. Divers mit... Jetzt. Da. Nein, da kommen wir zu. Wo jetzt? Da vorne. Wieso Ruins? Dort hat sich gar keine Tropfen. Gut, dann gehen wir halt da. Nein, da. Da, da, da. Trotz noch. Nein, es geht nicht. Ich weiss mal. Nein. Jetzt. Ich habe keine Ahnung, weil die Häuser hier gut sind. Warte. Wieso bist du weiter ohne ein Shift? Und drückst du nie ein Shift? Doch. Also KW. Und schaue auch runter. Ich habe das jetzt am Anfang abgeschaut. Fast. Jetzt sind ja zwei Leute zu uns. Sogar vor allem nur Leute zugeschaut. Ich schaue jetzt nicht mehr zu. Was? Ich bin durch KZO. Ich bin durch KZO. Ich bin durch KZO. Der lässt mich verricken. Ich kueche. Wieso liegt du dich am Boden? Ich bin durch der Legs. Da. Genau. Ich bin hier rechts, 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 Rüstand. Im Haus da rechts ist er. Ich geh nicht zu hauen. Ich will dich durch. Nein, jetzt schiuss dich einfach rein ab. Du bist ja verdammt scheisse Mist. Du bist ja verdammt. Ich wollte nur schnell den Stream zu machen, dann fängt alles an zu legen. Ja. Er ist hinter dir. Er schiebt sich jetzt bald ab. Hey, du hast es noch fast geschafft. Ja, du hast es noch fast geschafft. Sonst müssen wir es nicht drüberspringen. Wie schützt du die anderen dir? Nicht von mir raus. Ich glaube, du bist noch bei dir jetzt. Nein, gehen wir da hin, oder? Aber weisst du, ich habe voll keinen Bock mehr zu machen. Gehen wir wieder streiten, anfange ich und du. Dann wirst du fünf Minuten nochmal, dann wieder anfangen zu streiten. Wir zwei? Ja. Dann regt sie sich wieder rüber. Ja. Ja, was wollen wir das mal streiten? Ich weiss nicht. Ja, PUBG ist H1C1 nicht besser als PUBG. Nein. Du bist wieder über das von gestern Streiten, dass du mit PUBG und Katas weg ernst hättest. Oh ja, okay, 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 let's go, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. If I... Das ist gut. Das ist gut. Error. 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 Channel switched. Channel switched. Disconnected. Channel switched. Conected. Channel switched. Channel switched. BUDDY JOINED YOUR CHANNEL. Error. 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 Ich schreie, ich schreie. Weisst das jetzt nicht, die Bedeutung schreie. He? Ich kann nicht. Wie sind sie denn aus? Ich schreie. Ich weiß es. Ich weiß es. Sucre. Ich weiß es. Was ist? Was ist los? Ich weiß es. Du bist rausgetimt. Was bringt dir eh nütz? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich hör auf. Das Stream wird beendet. Ich weiß es. Ich weiß es.